Hier in dem Haus, rechts nehmen wir uns hinter der Mauer. Ah, ne, da passiert aber nicht. Ha, Schattenpunkt, wo bist denn du hin? Ja geradeaus, nicht da, nicht da. Zurück, 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 zurück. Jetzt rechts. Seh dich immer noch nicht. Hä? Sorry, ich bin immer so verpeilt. Ach, jetzt sind wir hier da, wo wir vorn raus sind, oder? Ne. Ah, doch. Okay, ich geh hier rechts außen lang. Oh, hier vorne ist schon der Baller. Ich bleib bei dir. Das war drüben, glaube ich, beim Brett. Ich hab halt nicht wirklich hohe Reichweite mit der Waffe. Gibt's hier in den Container essen und trinken? Eigentlich nicht. Da ist einer drin. Wo? Hier in dem Haus, rechts nehmen wir uns hinter der Mauer. Da läuft noch einer. Muss dich kümmern. Ich muss nachladen und blute. Ja, der läuft hinter der Mauer. Mhm. Auf Holz. Der ist in einer kleinen Hütte drinnen. Möglicherweise ist er ein Kumpel. Das war ein Spieler, oder was? Mhm. Er kommt. Er ist vorne. Siehst du ihn? Oh shit. Oh shit. Ist das Wahnsinn. Kann man den von der anderen Seite pushen? Da ist noch einer drinnen. Wo bist du? Ich bin hier am Stromverteiler. Okay. Granate. Oh. Ich war genauso schlau. Genau. Lattung. Alter. Ich bin hinter dir. Du? Ich bin bei dir am Gebüsch. Ich muss mich mal zusammenfliegen. Ungünstig. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Was mit den Granaten. Was mit den Granaten sollte ich auch mal noch üben. Ich auch. Achtung. Er kommt. Er ist wieder vorne rechts an der Ecke. Er ist wieder vorne rechts an der Ecke. Der ist hinter mir. Also quasi rechts. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Behältst du den Richtung Strommast? Ja. Dann gucke ich in die andere Richtung. Er läuft hinter mir links. Also Quatsch. Na ja. Ja. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja. Der lädt nach. Okay. Ich geh wieder vor Richtung Mauer durchbruch. Jetzt kommt er gleich durch die Mauer. Ne. Der ist immer noch hinter mir. Äh neben mir. Du siehst mich ne? Siehst du mich? Ich bin jetzt vorne am Mauer durchbruch. Ich seh dich nicht ne. Wo bist du? Noch in dem Gebüsch? Ne. Ich steh an der Mauer. Direkt oben. Ah ok. Ich hänge unten am Mauer durchbruch. Ich bin direkt vor dem Mauer durchbruch unten. Im Gebüsch. Ok. Der bewegt sich grad nicht. Jetzt bewegt er sich wieder. Was macht denn der Typ? Der hat Schiss. Läuft er? Oder du? Ja. Da kommt einer. Ein Spieler. Der liegt dort. Ah. Ich bin tot. Ich hab ihn. Scheiße ey. Schade. Ich bin doch dort. Ich bin tot. Das ist keine Wasser. Das ist kein Wasser. Lass uns schnell rüber. Das ist Gold nicht da. Wenn der hier einfach rein oder was? Ja. Zeit ist Geld. Das haben wir nicht. Ne. Hier rechts in dem Container ist ein Loot-Dings. Kannst da Waffencontainer looten. Ah. Das ist schon wieder so finster hier. Boah. Da ist einer. Ja. Das geht's Kev. Knallen ab. Ja. Wo bist du? Rechts von mir dran. Ich bin hier rechts um ihr Pisch. Aber ich glaub. Der wird ja aber kaum ne Granate geschmissen haben oder? Das machen die manchmal auch. Kann schon sein. Wir knallen ab den Hund. Die Granate war glaub ich irgendwo anders. Der steht ungünstig. Der steht halt so hinter dem Auto. Ich komm nicht richtig ran. Achso. Ja. Da müsste jetzt mal vorkommen. Kann ich mich irgendwie rufen? Ne. Er hockt hinter diesem Auto wo 808 draufsteht. Ich hab hier auch. Glaub ich wenn da scheiß Löwe noch so viel wert ist. 800.000 Rubel gerade gefunden. Mal auf die Füße schieße. Da siehst du ihn sich bewegen. Ne. Ich seh ihn nicht. Wer ist hinter dem Auto hier? Warte ich geh jetzt pushen. Ich komm nicht raus. Pass auf. Was? Achso. Hinter dem Kabelstapler. Okay. Na los. Gehen wir weiter Richtung Tankstelle. Achja die Tankstelle. Sie richten Ausgang. Also liegt das auf dem Weg. Okay. Ich bin hier immer noch nicht durch wo hier was ist. Und wo wir hier überhaupt sind. Achso. Ich renne hier einfach nur runter. Richtung Old Gas Station sind wir jetzt. Ahja. Hier ist Trinken drinnen Beutel. Ohja. Hau ich mich hier mal auf dem Monds Gebüsch. In den Stachelbraten am besten. Hier gibt es an sich wenig Essen und Trinken auf dieser Map. Wenn ich auf anderen Maps bin, da finde ich an aller fünf Meter was. Naja. Gibt es auch schon. Old Gas Station. Wo ist denn die auf der Map? Ach dort. Alles klar. Wo sind unsere Ausgänge? Ja. Gucken wir mal hier in die Old Gas Station rein. Crossroads. Schon wieder. Ja. Hier ist auch ein Ausgang. Eigentlich aber nicht für uns. Manchmal hockt hier ein Skeffchen unten, wenn du rüber guckst in den Keller. Ich höre was. Was ist denn das? War so ein Flattern? Hast du das gehört? Das waren Schüsse, oder? Echt? Hm? Ja, das ist scheiße ohne Kopfhörer. Ach, lass gehen wir weiter. Hier ist auch noch eine Blutstelle hier drin. Da ist so ein Medikit. Hier waren aber schon welche. Das ist kacke, Mann. Das ist kacke, ja. Naja, weil wir nicht wissen, wo die sind. Nicht, dass die ja hinter der Mauer auf uns warten. Ich möchte eigentlich schon gerne heil raus jetzt mit dem scheiß Löwen. Hört man das, wenn jemand sein Dot umstellt? Ja. Okay, links neben mir hat jemand sein Dot umgestellt. Echt? Ja. Ich hab's genau gehört. Okay. Ich lass uns klicken. Dann lass uns woanders. Ne, ich schmeiß ne Granate dahin. Ich hab's doch genau gehört. Hm. Du kannst schon mal rüber gehen an die andere Nutstelle. Ich weiß doch nicht wo hier an der Nutstelle ist. Hab ich doch schon mal Zeichbeutel. Aber ich vergess ihn doch. An dem Baum. Oh. Einer ist tot. Ich bin auch tot. Scheiße. Hab ich den noch erschossen oder haben die sich gegenseitig dort die Köppe eingeschossen? Oh. Da war noch einer, Boy. Das waren zwei. Ja. Scheiße. Ich hab keine Granaten. Nicht. Oh. Ich hab keinen gekillt. Äh. Bei mir. Du kommst nicht an mich ran. Da liegt doch die Granate drin. Ah. Jetzt pushen sie. Es muss nur noch einer sein. Ne. Okay. Ja. 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 Ja.